keine kerne und ein geschmack wie zuckerwatte das sind die neuen cotton candy trauben was auf den ersten bis etwas unnatürlich schmeckt soll jedoch kein künstliches aroma sein sondern einfach durch die kreuzung von zwei verschiedenen traubensorten entstanden sein diese kreuzung hat den zuckergehalt dieser früchte noch einmal deutlich erhöht und so für den ungewöhnlichen geschmack gesorgt und jetzt rate mal wo diese idee herkommt ganz genau aus amerika inzwischen werden die cotton candy trauben aber auch in italien angebaut wenn dir diese trauben schmecken und du sie naschen möchtest dann denk aber daran vom zuckergehalt sind sie eher eine süßigkeit als obst und dann und 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 und